Keine Polizei! Ja, ist gut, ist gut! Keine Polizei! Ist gut, verdammt nochmal! Wie heißt du eigentlich? Nadja. Okay, Nadja. Ich glaube, du bist meine Erklärung schuldig. Wir haben Probleme. Probleme? Du hast Probleme? Große Probleme, ja. Ich habe hier Probleme, verstehst du? Da ist eine Verrückte in meinem Taxi, ja? Ich will sie rauszehren, haut sich die Birne an. Ich gehe ins Krankenhaus und da erfahre ich, dass sie von der Polizei gesucht wird. Du hast Probleme? Ich glaube, ich habe hier Probleme! Meine Schwester ist tot! Oh belle, tot! Umgebracht! Oh belle, tot! Oh belle, tot! If me, deinem Frisierung! Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020